David Yu hat einige Dinge zu 2024 gesagt in einem Twitter Space. Das schauen wir uns an, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Comic Drop an, sowie auch nochmal das Thema Steamboat Willie NFTs auf OpenSea. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. David Yu war gestern zu Gast in einem Twitter Space von Mr. MC1 und dort wurden einige sehr spannende Aussagen getroffen zum Thema 2024, aber auch zu Oxair. Und diese würde ich sagen, schauen wir uns mal an. In Oxair, Frankreich, wird Ende Januar ein Kryptowend sein und dort wird auch Vivi dabei sein mit sogar einer eigenen Booth. Das heißt, falls ihr auf jeden Fall Zeit habt, kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Ich bin auf jeden Fall auch am Start und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da alles dann da sein wird in dieser Booth. Es werden unter anderem noch viele, viele weitere Stände dort sein zum Thema Kryptowend. Aber das auf jeden Fall dazu. Es sollen außerdem zu dieser Zeit in Oxair sehr coole Jobs stattfinden, sowie auch ein neuer Partner angekündigt werden. Wer das sein wird und wie groß der wirklich ist, das werden wir dann herausfinden. Es gibt natürlich aber auch die Spekulation, dass es in Kombination mit Sport, was wir auf jeden Fall auch in diesem Jahr sehen werden, eventuell sogar die Olympischen Spiele sein könnten, wo hier eine Kooperation stattfindet. Was natürlich eine gigantische Sache wäre für Vivi selbst. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video, was ihr denkt, welche Partnerschaft das sein könnte, denn ich vermute, dass es tatsächlich auch in Richtung Sport geht. Die Vermutung kam aber nicht von mir, sondern tatsächlich von Vivi Versum aka Frank. Schaut auf jeden Fall auch gerne auf dem Kanal vorbei. Außerdem gab es eine Aussage zum einem neuen Produkt, was kommen wird. Denn anscheinend wird 2024 ein weiteres Produkt auf die Linie kommen, von der wir bis jetzt noch nichts wissen. Das Ganze hat er tatsächlich jetzt erstmal noch relativ offen gelassen, wann das Ganze kommen soll. Er hat es nur mit dem Kommentar versehen, dass es dann kommen wird, wenn die Zeit reif ist. Ich vermute, dass er damit sagen möchte, dass das wahrscheinlich etwas ist, was dann eher im Bullenmarkt released werden sollte bei Vivi. Es soll außerdem ein neues Feature kommen für die Collectibles in Augmented Reality. Dort soll es ein neues Feature geben, was nämlich dir ermöglicht, auch Videos aufzunehmen. Bisher ist es ja nur möglich, Fotos zu machen. Das Ganze soll aber nun endlich dann auch wohl mal in 2024 mit einem Recording Button ergänzt werden. Und hier sollen wohl auch sehr, sehr cool Features dabei sein, um das Ganze direkt zu teilen. Zum Beispiel auf Social Media. Was da alles kommt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde dich natürlich hier auf dem Laufenden dazu halten. Außerdem gab es nochmal so einen kurzen Kommentar zum Thema Massenmarkt. Dort soll wohl auch dieser Fokus dieses Jahr drauf liegen, das auf jeden Fall noch mehr anzugreifen. Massenmarkt, sehr wahrscheinlich auch den asiatischen Markt spezifisch, aber natürlich auch den europäischen wie auch amerikanischen Raum. Außerdem soll auch noch in diesem Quartal angekündigt werden, was für einen Drop man mit den MCP-Tickets kaufen kann. Beziehungsweise welche Special Drops vielleicht dann auch sogar noch in Zukunft kommen werden. Da David tatsächlich aber gesagt hat in dem Talk selbst, dass es hier um die MCP-Points handelt. Ich aber tatsächlich glaube, dass er damit eigentlich die MCP-Tickets meint, die man momentan mit OMI bekommen kann. Beziehungsweise Ende des Quartals dann ausgeschüttet werden. Dass man damit dann sozusagen das Ganze kaufen kann und nicht mit den MCP-Points direkt. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, ob er sich hier einfach nur versprochen hat oder das Ganze tatsächlich der Wahrheit entspricht. Dass man hier mit den MCP-Punkten dann auch an einem bestimmten Drop teilnehmen kann. Kommen wir nun zur nächsten News und zwar dem nächsten Comic. Und zwar ist das ganze Ankenny X-Men Hashtag 201 aus dem Jahre 1963. Hier mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covern. Ansonsten haben wir die First Appearance auf Nathana Christopher Summers. Und wir werden hier diese Cover einmal dazu sehen. Für mich persönlich ist das hier kein Drop, den ich mitnehmen werde. Das Ganze wird am 9. Januar um 17 Uhr deutsche Zeit stattfinden. Das heißt am nächsten Dienstag. Das sind einmal die Go-Collect-Daten, die wir hier bekommen werden. Eine 9.8 Grad mal bei 130 Dollar, bei 500, knapp 600 geradeten Comics ist jetzt an dieser Stelle nicht so viel. Deswegen ist das unter anderem für mich auch an dieser Stelle eins. Kommen wir nochmal zum Thema Steamboat Willie. Denn hier gibt es tatsächlich auch ein Update, was unter anderem Sergio hier auch gepostet hat. In einem meiner letzten Videos hatte ich das auch schon angesprochen, dass ja da die Steamboat Willie Lizenz jetzt sozusagen bei Disney ausgelaufen ist und jetzt eine Public Lizenz im Prinzip ist, die jeder nutzen kann, ohne dass irgendjemand noch ein Recht daran hat. Es möglich war, dass natürlich auch Leute, NFTs auf OpenSea beispielsweise von Steamboat Willie erstellt haben. Das lag zeitweise sogar fast bei 900 Dollar. Das heißt auf jeden Fall ein Vielfaches von dem, wo eigentlich die Vivi Collectibles stehen, die ja sogar animiert sind und in 3D sind. Und ja, momentan muss man aber tatsächlich auch wieder sagen, ist dieser Hype ziemlich abgeflacht. Man sieht jetzt hier auch auf diesem Bild einmal sehr, sehr gut, dass ja auf jeden Fall das Vivi Collectible jetzt sich wieder über den Preis hält. Natürlich ist das jetzt hier nicht mit einem riesigen Vorsprung drüber. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach noch ein sehr gutes Zeichen, dass hier sich auf jeden Fall das Vivi Collectible definitiv durchsetzt und das einfach nur ein bloßer Hype auf OpenSea ist. Und ich habe euch ja auch gesagt, lieber Finger weg davon, denn im Endeffekt ist es eine Public Domain. Jeder kann das theoretisch minten, selbst ihr da draußen für 10, 20 Euro oder sowas. Von daher ist das nichts Besonderes, wenn du es jetzt auf OpenSea mintest, da es einfach halt theoretisch jeder machen kann. Kommen wir nochmal zu einem meiner letzten Videos und zwar nämlich, wo sind die Bronze-Tickets? Und ja, ich wurde auf jeden Fall nochmal darunter von einem Zuschauer darauf hingewiesen, was ich tatsächlich übersehen habe. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal ergänzen, dass die Bronze-Tickets erst am Ende des Quartals dann ausgeschüttet werden und wir bis dorthin auf jeden Fall nicht sehen, wie viele Bronze-Tickets wir insgesamt bekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viel es dann am Ende sein wird. Aber das wollte ich auf jeden Fall unbedingt nochmal ganz kurz mit aufgenommen haben. Kommen wir ansonsten noch zum letzten Artwork, was diese Woche verfügbar ist. Vom Montag bis Freitag wird dieses Artwork einmal möglich sein zu kaufen. Artist-Proof. Das Ganze ist von Russell Dautermann. Und das Ganze, wie gesagt, hier ganz exklusiv 1 zu 1 Version. Wer auf jeden Fall da Interesse hat, schaut auf jeden Fall hier unter dem Medium-Artikel vorbei. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und ein schönes Wochenende. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.